hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück bei panda paw ja das video ist wieder sehr verspätet ich weiß ich war mal wieder nicht zu hause aber dafür gibt es heute mal eine neue art video und zwar habe ich vor etlichen monaten schon mal so eine art test video gemacht keine ahnung ob ihr euch daran erinnern könnt ich kann mich selber gar nicht mehr daran erinnern was wie genau das ausgesehen hat auf jeden fall weil ich davon heute versuchen eine lange längere version zu machen und ja ich würde einfach mal sagen lasst euch überraschen und würde anfangen genau also viel spaß ich kann es Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020